Ich grüße Sie aus der Oase Steiners Kirche. Ich stehe hier im großen Meditationsraum unseres Hauses und ich freue mich heute Abend für Sie etwas zum Weihnachtsfest zu sagen, zu spielen, zu musizieren. Ich habe mir überlegt, in dieser schweren Zeit ein Lied der Hoffnung. Es ist nur eine Brücke aus dem Advent hin zu Weihnachten. Zeit ist voller Hoffnung. Zeit ist voller Hoffnung. Kerzen spenden Licht. Orte voller Zuversicht. Künden allen in der Not. Türen gehen auf. Wolken regnen heil. Er kommt zu uns, der starke Gott. Er kommt zu uns, der starke Gott. Ankunft ist verheißen. Neu Beginn in Sicht. Sehnsucht soll Erfüllung finden. Gottes Geist bewegt die Welt. Mauern brechen ein. Licht vertreibt die Nacht. Er kommt zu uns, der starke Gott. Er kommt zu uns, der starke Gott. Leben in Erwartung. Er kommt zu uns, der starke Gott. Er kommt zu uns, der starke Gott. Gott. Er kommt zu uns, der starke Gott. Er kommt zu uns, der starke Gott. Gott ist der Gott, der als kleines Kind zur Welt gekommen ist. Und in diesem Lied wird schon deutlich, in diesem Kind steckt ganz viel Großes, steckt Beeindruckendes. Wir erhoffen uns, wie hilflos wir sein können, wie abhängig und wie angewiesen aufeinander, auf die Menschen, auf Vernunft, auf Beistand und Hilfe. Weihnachten soll Freude machen. Weihnachten ist ein Fest der Freude, auch wenn in diesem Jahr alles ganz anders ist. Wir erinnern uns an die alten Erzählungen. Damals sind die Hirten gelaufen. Sie sind zum Stall geeilt. Es eilten die Hirten, das ich für sie spiele. Es eilten die Hirten, sie fanden den Stall, ein Stern zeigte ihnen den Weg. Sie fanden die Hirten, sie fanden die Hirten, sie fanden das Kind, ein großes Geheimnis, das lebt. Mit dir an der Hand, du göttliches Kind, mit dir bin ich niemals allein. Mit dir an der Hand gehen wir unseren Weg, du Jesus wirst bei uns sein. Es sangen die Engel ein himmlisches Lied und wunderbar glänzte die Nacht. Es freuten sich Menschen, es freuten sich Tiere, wer konnte, hat herzlich gelacht. Mit dir an der Hand, du göttliches Kind, mit dir bin ich niemals allein. Mit dir an der Hand gehen wir unseren Weg, du Jesus wirst bei uns sein. Ein kostbarer Frieden umhüllte die Welt, erfüllte gesegnete Zeit. Gott schließt, Gott schließt einen Bund in heiliger Nacht und hat uns zur Liebe befreit. Mit dir an der Hand, du göttliches Kind, mit dir bin ich niemals allein. Mit dir an der Hand gehen wir unseren Weg, du Jesus wirst bei uns sein. Du Jesus wirst bei uns sein. Wir feiern das Wunder der heiligen Nacht, in Staunen, in Ehrfurcht vor Gott. Das Kind in der Krippe verwandelt die Welt, ist Herr über Leben und Tod. Mit dir an der Hand, du göttliches Kind, mit dir bin ich niemals allein. Mit dir an der Hand gehen wir unseren Weg, du Jesus wirst bei uns sein. Du Jesus wirst bei uns sein. Du Jesus wirst bei uns sein. Aus dieser Hoffnung leben wir, dass er bei uns ist. Weihnachten soll Freude machen, auch wenn in diesem Jahr alles so ganz anders ist. Auch wenn keiner Rezepte parat hat, wie es denn besser und noch mal schöner werden kann. Das Wichtigste ist, wir sind gesund und wir stehen denen bei, die keine Gesundheit haben, die möglicherweise krank geworden sind in dieser Zeit. Wir achten aufeinander, wir schauen aufeinander. Und vielleicht wird dann alles anders. Ein Lied aus meiner Sammlung heißt Kann sein. Ja, es kann sein, dass in diesem Jahr immer weiter alles anders wird. Es kann sein, dass im nächsten Jahr alles anders wird. Und wir hoffen, dass so vieles wieder besser und leichter wird. Wünschen wir uns Kerzenschein, Weihnachtskugeln groß und klein. Denken wir an Engelhaar, sind es Berge von Geschenken. Wenn wir, wie in jedem Jahr, an das Schönste denken. Kann sein, dass uns was völlig Neues blüht. Ein Weihnachtsfest nicht nur für das Gemüt. Kann sein, dass Herz und Kopf verwandelt sind. Kann sein, dass dadurch unsere Welt gewinnt. Sind wir altenbräuchentreu, werden alte Lieder neu. Klingt es unterm Weihnachtsbaum so wie alle Jahre wieder. Gibt es ohne einen Traum wirklich neue Lieder. Kann sein, dass uns was völlig Neues blüht. Ein Weihnachtsfest nicht nur für das Gemüt. Kann sein, dass Herz und Kopf verwandelt sind. Kann sein, dass dadurch unsere Welt gewinnt. Wird das Kind geboren im Stall. Frieden schenken überall. Werden unsere Wünsche wahr. Gibt es wahren Weihnachtssegen. Wird die Hoffnung dieses Jahr auf uns selbst bewegen. Kann sein, dass uns was völlig Neues blüht. Ein Weihnachtsfest nicht nur für das Gemüt. Kann sein, dass Herz und Kopf verwandelt sind. Kann sein, dass dadurch unsere Welt gewinnt. Kann sein, dass dadurch unsere Welt gewinnt. Ein Weihnachtsfest nicht nur für das Gemüt. Kann sein, dass Herz und Kopf verwandelt sind. Kann sein, dass dadurch unsere Welt gewinnt. Der große Gewinn in dieser Nacht, in diesen Festtagen, in dieser Zeit, das ist das Leben. Stehen wir einander bei. Gehen wir miteinander Wege des Friedens, der Gerechtigkeit. Ich wünsche Ihnen hier aus der Oase Steiners Kirchen, auch im Namen meiner Mitbrüder, der Herz-Sesum-Missionare, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ein Fest voller Licht und Freude, so gut das in diesen Tagen möglich ist. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und viel Glück und reichen Segen im neuen Jahr. Ein Lied erinnert uns noch einmal an die Tiefe dieses Festes. Gott wird Mensch in einem Kind. Gott wird Mensch in einem Kind. Wählt den Weg des Unscheinbaren. Wählt den Weg des Unscheinbaren. Wächst heran im Schoß aus Liebe. Lässt sich schützen tragen. Gott wird Mensch in dunkler Nacht. Lässt vom Himmel Hoffnung regnen. Engel singen, Hirten eilen. Dürfen ihm begegnen. Gott wird Mensch im Menschensohn. Kommt zur Welt, uns zu erlösen. Frieden bringt er Heilung, Segen. Band die Macht des Bösen. Gott wird Mensch in einem Stall. Notgedrungen vor den Toren. Neues Leben weckt die Freude. Jesus ist geboren. Jesus ist geboren. Er ist geboren. Er ist geboren. Segen Je程 ist geboren. Das je erinnert mich. Er versteckt mich in den Kopf.